hallöchen ihr lieben und herzlich willkommen auf meinem kanal heute zeige ich euch wieder was ich alles an einem tag esse und zum frühstück gibt es jetzt erst mal zwei große ganz reife karkis und ich habe in einer karki was entdeckt das hatte ich noch nie ein großer kern ich weiß nicht ob man das erkennt aber der ist richtig hart habe ich noch nie gehabt hier war der drin öfter mal was neues das lasse ich mir schmecken und dann bis zum nächsten essen und jetzt gibt es ein shake für mich dann habe ich mir entsaftet mit orangen bieren möhren hokkaido kürbis ich würde sagen das sind ungefähr 900 milliliter den trinke ich jetzt aus so als zwischenmahlzeit bis gleich so jetzt gibt es mittagessen das ist basmati reis und diese gemüse reste pfanne das rezept findet ihr in meinem blog das werde ich euch mal oben verlinken das video falls das jemanden interessiert wie das gekocht wird da sind boden drin und sehr viel gemüse und dann ist es alles püriert bis zum nächsten essen so jetzt sind wir beim abendessen angelangt für heute mache ich mir ein porridge das sind einfach haferflocken also ich habe jetzt nicht gezählt aber wenn ich einen so einen esslöffel nehmen da sind das so jetzt mal zehn esslöffel haferflocken ein paar mandeln vielleicht so zehn stück rosinen einen teelöffel leinsamen ein teelöffel sesam ist da drin und wasser das ist schön so bedeckt ist und dann koche ich das jetzt auf wenn das aufgekocht ist dann lass ich das einfach stehen dass das schön durchziehen kann zimt habe ich noch rein gemacht genau ein teelöffel zimt ungefähr ist da drin und dann schneide ich mir gleich zwei äpfel noch die schäle ich elster äpfel die schäle ich und dann schneide ich mir die kleinen und dann ist das mein abendbrot jetzt fängt an zu kochen das ist schon so kalt draußen dann schmeckt das richtig lecker so schön zimt gut das war mein tag das habe ich heute alles gegessen ich hoffe mein video hat euch gefallen dann wünsche ich euch noch einen schönen abend und bis zum nächsten mal tschüss